Mit dem Ende der Sowjetunion suchen sie Freiheit und ein besseres Leben. Russlanddeutsche. Das Tor nach Deutschland muss für die Russlanddeutschen. Aufschlag. Für viele Einheimische sind sie Russen. Das weckt Vorbeteiligung. Einer sehr verbreitete Stimmetypfe, das sind Handseufer, das sind Kriminelle, die leben isoliert, die machen nur ein eigenes Ding. Es sind Millionen und ihre Integration gilt als Erfolgsgeschichte. Erst in jüngster Zeit zeigen sich Rösschen. Putins Russland und der Westen sind auf Konfrontationskurs. Das stürzt viele Spätaussiedler in Identitätskonflikte. Gegen Russland hetzen kann man es nennen, gegen Russland aufrüsten. Das Misstrauen gegen westliche Medien wächst. Propaganda-Vorwürfe auf beiden Seiten. Wollen wir uns verarschen, verdammt noch mal. Klar, wenn jetzt Russland irgendwie schlecht gemacht wird, dann hat das bisschen am Stolz. Zwischen Alter und neuer Heimat. Zwischen Russland und Deutschland. Ostermontag in Dresden. Friedensaktivisten, vermeintliche Kriegstreiber, die NATO, Mainstream-Medien und den Kapitalismus. Sergej Filbert ist fünf Stunden gefahren. Er will für Droschba werben, Freundschaft in Russland. Droschba ist halt ein star und ein universelles Wort. Das ist einfach Freundschaft. Und ein bisschen freundlich kann ich auch heimdrehen. 2002 kommt Filbert als Weltaussiedler nach Deutschland. Im Prinzip die Regierung Merkel bringt ihn in Rage. Gegen Russland hetzen kann man es nennen, gegen Russland aufrüsten. Im Rahmen der NATO-Verbände, Soldaten an die russische Grenze schicken. Einen deutschen Soldaten an die russische Grenze.